es tut mir leid, dass ich anders bin und nach der Schreck des Spiels ich bin 50,247 um zu drücken meiner Meinung nach geht es nicht nur ums Besser sein klar macht Spaß zu töten, wer drückt die meisten Kugeln rein? Hallo, da sind wir wieder zurück in Daisy ja genau, hier höre ich jetzt ein Zombie auf dem Schiff da wäre auch mal was neues, wenn die Zombies hier spawnen würden in den Räumen scheint nicht besonders viel zu sein oder besser gesagt überhaupt nichts so, kann ich hier irgendwas erkennen hm boah, das Schiff ist zu groß, ne da weiß man gar nicht wo man alles gucken soll also in diesen Räumen scheint nichts zu sein dann geht die Treppe hoch und dann geht die Treppe hoch hier ganz oben vielleicht noch irgendwas hm nehmen wir mal mit nehmen wir mal mit sonst noch einen ansonsten nur eine Gaskartusche so hier nochmal runter wir gucken hier vorne dann nochmal äh, sollte hier nicht eine Treppe sein lol achso das ist denn so ein Rettungsring ach die kann man auch hoch? gehen wir hier mal hoch gucken einfach mal hm 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 so, eigentlich müsste ich mit der Mosin ja mal ein paar Zielübungen machen boah woher warum hallo weil, wie gesagt, mit dem Mosin hab ich noch nie geschossen hm will ich hier runter? ne, eigentlich nicht, ne falsche Seite hier will ich doch runter, oder? auf dem Schiff kann man nicht echt verlaufen ne, hier will ich auch nicht runter ach, hier war ich noch gar nicht drin in den Kajüten vielleicht vielleicht findet man da ja noch irgendwas interessantes zum Beispiel so ein schickes Hemd wollen wir die Tür öffnen? ne sah so aus als könnte man's wissen nichts in den Kajüten scheint man aber in den Kajüten scheint man aber in den Kajüten scheint man aber naja, zumindest Kleidung zu finden naja, zumindest Kleidung zu finden so, als wäre so eine schäbige Mütze Alter ich hab mich voll verlaufen ich weiß hier gar nicht mehr wo ich bin scheiße hier kommt man auch nicht hoch äh Hilfe muss ich noch einen runter? ne ne, ich glaub da war nur Shit ne ach, hier will ich runter, ne ach, hier will ich runter, ne das sieht doch gut aus so, möchte ich jetzt auch noch das an die andere Seite looten? boah, ich weiß nicht aber wenn wir schon mal hier sind als wo ich ne Waffe hab, bin ich schon äh ein wenig nervös, muss ich sagen weil jetzt hat man ja was zu verlieren die Hose, da könnte eventuell interessant sein oh ja, die ist interessant zack gibt mir mein Gemüse und mein Obst meine Mandagen zack, so sonst irgendwas interessantes ne Mütze woop 35 Frames Alter, was ist hier los? 36, 38 hammerhart das liegt mir voll dann ab bei so vielen Frames echt nochmal hier was ist das da? oh, da kommen wir gar nicht hin ne ne, da ist mir auch zu gefährlich ne 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 n n hm das war bad the damage, kann man aber mitnehmen und das fixen und die Hose fixen Scheiß, ist schon kaputt Hier ist nichts So, da kommen wir wieder nur auf das Deck drauf Unten ist eine Sprühdose Ich habe hier irgendwie ein ganz, ganz mieses Gefühl, muss ich sagen Da kann man hoch Wie komme ich jetzt nochmal weg? War das hier? Wow Ich muss mal kurz was essen Und die Orange noch hinterher Und den Apfel auch noch hinterher Kartoffel, Orange, Apfel Das sollte ja dann genügen So Hier nochmal kurz gelinkert Das ist nur so ein cooler Korb Wow, wo kam der Zombie-Geräusch jetzt her? Mach mich nicht nervös, Alter Ich will jetzt eigentlich nur noch weg Zu schnell Wie möglich Ich Ich So 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 Und dann möchte ich mal durch das Scope gucken So Scheiße So 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 Vor allem eine große, eine grüne Mosin, würde ich sagen, und damit muss ich demnächst mal schießen, weil damit habe ich noch nie geschossen, leider ist das Scope-Damage, was dann schon leicht hinderlich ist für einen Mosin-Anfänger wie mich, meistens habe ich mit dem 4 geschossen, weil ich ja eh immer davon ausgehe, dass es ja ein Nahkampf viert, und ja, der Mosin noch nie. Mit der Shotgun habe ich schon geschossen, mit der Sporter, oder ne, mit der Double Rifle, genau, mit der Double Rifle habe ich schon geschossen, Revolver, Amphibia-S, und das war es eigentlich auch schon, der Knarrer habe ich nie geschossen, weil ich da nie ein Magazin für gefunden habe, oder doch, ich glaube, ich habe einmal eine Kugel reingetan, und dann habe ich den Schuss abgegeben, aber einfach so auf eine Hauswand drauf, war also, naja, keine Ahnung, wie gut die, fürs Aiming ist und so, ähm, ja, ich beende hier jetzt auch mal die Folge, jetzt bin ich ja einigermaßen bewaffnet, und, äh, vielen Dank fürs Zuschauen, es ist nicht allzu viel passiert, ähm, aber, es muss ja auch nicht immer die größte Action sein, es ist ja kein Action-Film, ja, es ist ein Survival-Game, wo es ums Überleben geht, und, äh, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, und, äh, bis demnächst.